Hey all zusammen und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Vlog. Und zwar möchte ich heute nicht über die Zustände auf meinem Kanal sprechen, überhaupt, eigentlich gar nicht über Let's Plays, sondern über zwei besondere Videos, die ich jetzt schon länger in Planung habe und die mir persönlich eigentlich auch sehr sehr viel bedeuten. Aber ich habe mich bisher einfach nie getraut, die Videos wirklich zu machen, weil es einfach so emotional gesehen was ganz anderes ist. Es ist eigentlich nichts, was wirklich auf meinen Kanal passt, aber ich möchte es einfach gerne machen und ich weiß nicht, ich überlege schon wahnsinnig lange, wie ich diese Videos am besten machen kann. Und um euch einfach mal kurz zu erklären, worin es in diesen zwei Videos gehen wird und um euch einen kurzen Einblick darin zu verschaffen, was denn da auf euch zukommt. Wie gesagt, es wird nichts mit Let's Play zu tun haben, sondern es wird mehr so eine Art Erklärung, kann man auch nicht sagen. Es werden, wie gesagt, zwei Videos. Das erste wird so gesehen darüber sein, was die Auslöser für das zweite eigentlich waren. Das zweite ist sozusagen das Hauptvideo. Das erste ist nur so eine Einleitung in das Thema. Wie gesagt, die Auslöser werden erklärt und der Grund, warum ich dieses zweite Video überhaupt mache. Das erste Video wird sich mit der Band Saltatio Mortis befassen. Meine absolute Lieblingsband. Aber es bleibt, wie gesagt, ein relativ ernstes Thema. Einfach weil es soll kein Video über die Band selber sein, sondern über deren Songs. Und was diese Songs bei mir auslösen, die haben jetzt die letzten beiden Alben, beziehungsweise das letzte, was rauskam und jetzt das neueste. Da sind Songs dabei, die wahnsinnig, wahnsinnig emotional sind, die aufrührende Geschichten erzählen. Ich werde euch gleich mal ein paar Songs aufzählen, die allein vom Titel her schon zeigen, wie ernst sie ihre Songs nehmen und was für ernste Themen sie da auch teilweise besingen. Also, die Aufzählung der verschiedenen Songs, die ich wahrscheinlich ansprechen und oder benutzen werde. Es wird wahrscheinlich sechs Songs geben, über die ich sprechen werde, wobei drei genau diese Kriegsthematik beinhalten und drei davon eher so ein bisschen zeigen sollen, womit sich die Band beschäftigt und was so das gesellschaftskritische bei ihnen ist. Es gibt zwei Songs, die ich darunter genommen habe, die zu dem neuesten Album gehören, das erst im August rauskommt. Das heißt, davon kann ich momentan nur von der Preview ausgehen, die ich gesehen habe. Aber gerade die hat mir auch schon wahnsinnig die Augen geöffnet. Und der erste Song, den ich wahrscheinlich ansprechen werde, ist der mit dem Titel Krieg kennt keine Sieger. Der Titel sagt eigentlich schon, worum es in dem Song geht. Der zweite Song wird Schloss Dubisip sein, zu dem ich vor allem die Geschichte, die dahinter steckt, meine. Die werde ich euch dann natürlich auch noch mal gesondert erklären. Der dritte Song, der sich so mit der Kriegsthematik befasst, ist einer von dem neuen Song, von dem neuen Album und dementsprechend nur in der Preview vorhanden. Der Titel ist Nachts weinen die Soldaten. Auch schon ein sehr emotionaler Titel. Ich werde dieses Wort emotional wahrscheinlich noch öfter benutzen. Dann drei Songs, die nichts mit dem Thema Krieg zu tun haben, beziehungsweise eher was mit der heutigen Gesellschaft und der Kritik die Saltatio Mortis an dieser Gesellschaft übt. Erster wäre Früher war alles besser. Auch ein Titel, der eigentlich schon alles über den Song aussagt. Zweiter wäre wieder einer, der nur in der Preview ist, weil neues Album, nennt sich Augen zu, befasst sich so ein bisschen mit dem Thema momentan einfach jeder schaut weg, wenn irgendwas ist. Keiner macht irgendwas. Keiner steht auf und tut was. Und der letzte, den ich wahrscheinlich ansprechen werde, ist der Song, mit dem die Band einfach mein Herz im Sturm erobert hat. Und wo ich festgelegt habe, ich werde wahrscheinlich diese Band niemals hassen können. Der Song nennt sich Wachstum über alles. Und ich werde in dem Video genauer darauf eingehen. Aber diejenigen, die den Song kennen, wissen wahrscheinlich, warum ich den so wahnsinnig gut finde. Jedenfalls wird es in diesem ersten Video um diese Band gehen. Es soll nicht als Werbung oder Fan gehabe gelten. Sondern ich möchte damit einfach nur erklären, warum ich überhaupt auf die Idee kam, dieses zweite Video zu machen. Was mich da dazu inspiriert hat, was mich dazu hingetrieben hat. Und das soll auch bitte als solches angesehen werden. Ich möchte nicht, dass es irgendwie als Fanvideo an Saltatio Mortis gilt. Das ist es auch nicht. Natürlich, ich bin großer Fan und ich liebe die Songs. Ich finde es wahnsinnig gut, was die Jungs machen. Aber ich möchte mit diesem Video einfach nur aufzeigen, was die Gründe für das zweite Video waren. Nur um euch so ein bisschen eine Einleitung in das Thema zu geben. Ich möchte euch die Musik von denen ein bisschen näher bringen, natürlich. Ich möchte die Thematiken der Songs ansprechen, weil die sehr wichtig sind für dieses Einleitungsthema. Und ich möchte euch auch so ein bisschen erklären, was die Songs im Einzelnen in mir auslösen oder ausgelöst haben, als ich sie das erste Mal gehört habe. Und vor allem, als ich die Geschichten gehört habe, die dahinter stecken. Dadurch, dass es wahrscheinlich Copyright-Probleme geben sollte, sollte ich die Songs wirklich benutzen, werde ich nur mit den Texten arbeiten. Aber die Texte selber werden auch schon definitiv ausreichen, um euch aufzuzeigen, was ich damit genau meine. Und um nochmal zum zweiten Video zu kommen. Das zweite Video ist dann dieses wirklich richtig emotionale Video, das ich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren machen möchte. Ich habe mir vorgenommen, dieses Video zu machen, seit ich in der Oberstufe war. Auslöser dafür war eine Fahrt mit meinem Geschichtsleistungskurs nach Frankreich in die Stadt Verdun, um mir dort die Gedenkstätten des Ersten Weltkriegs anzusehen. Und diese Tage waren unglaublich. Es war mit Abstand die emotionalste Reise, die ich jemals gemacht habe. Ich will einfach der Welt und vor allem denen, die noch nie da waren, zeigen, was da wirklich los war. Es ist so ein unglaubliches Erlebnis gewesen für mich, für meine Mutter übrigens auch, die war dabei. Und das möchte ich einfach irgendwie mit euch teilen. Und vor allem möchte ich die Leute ein bisschen wach rütteln. Das Video wird gehen über Krieg im Allgemeinen, allgemein über diese sehr ernste Thematik, aber nicht nur darüber. Ich möchte, wie gesagt, jemandem, der nicht da war, versuchen, einen Eindruck von dem zu verschaffen, was da für Gefühle auf einen einwirken, was da für Mächte aufeinander geprallt sind. Und das vor knapp 100 Jahren. Ich möchte euch einfach einen Eindruck davon vermitteln. Von diesem Schrecken, von dieser Grausamkeit, die da geherrscht hat und von Gefühlen und Emotionen, die einem vermittelt werden, wenn man da ist. Das kann man natürlich nicht in einem Video vermitteln. Man kann diese Gefühle nicht vermitteln, wenn ihr selber noch nie da wart. Man muss einfach selber da gewesen sein, um wirklich das alles irgendwie mitfühlen zu können. Aber ich will euch irgendwie einen Eindruck davon verschaffen. Ich glaube, ich wiederhole mich gerade. Und dementsprechend, wie gesagt, ich versuche jetzt an diesen Videos zu arbeiten. Ich habe für das zweite Video in den letzten Wochen schon einiges an Material zusammengesammelt. Und ich weiß, dass ich technisch gesehen die Videos nicht so machen kann, wie ich es gerne möchte. Ich muss mal gucken. Ich werde es meinen Mitteln gemäß anpassen, werde dann mal schauen, was ich daraus machen kann. Aber nur, um euch ein bisschen darauf vorzubereiten und damit ihr nicht auf einmal total aus allen Wolken fällt, wenn so zwei Videos auf einem Kanal kommen, die absolut null mit Let's Play zu tun haben und auch null mit Vlogs, sondern einfach so wirklich relativ ernste und emotionale Videos sind. Ich hoffe, ihr habt ein Verständnis dafür, dass ich wahrscheinlich die nächsten Wochen auch nicht mehr so furchtbar aktiv sein kann, wie ich es gerne möchte. Aber ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf diese Videos, wie ich es bin. Zumal ich ja eigentlich jetzt auch gerne damit anfangen möchte und noch gar nicht weiß, was ich damit jetzt tun soll. Wie gesagt, ich habe schon einige Jahre geplant, diese Videos zu machen und ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr mir soweit zugehört habt und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao!